Es ist eine Tragödie, was da in der Eifel in einigen Orten geschehen ist, in Schuld etwa im Kreis Neuner-Ahrweiler oder im Kreis Euskirchen. Diese Ereignisse kann man nicht kommentieren, da bleibt nur die tiefe Betroffenheit und Anteilnahme. Aber so hilflos wir im konkreten Fall der Wucht der Elemente gegenüberstehen, wir können doch viel tun, um Schlimmeres zu verhindern und darüber müssen wir nachdenken, auch im Angesicht der Katastrophe. Das eine ist der Kampf gegen die Klimakrise. Nicht das einzelne Gewitter, aber die Häufigkeit und Stärke solcher Starkregen, die werden mit jedem Zehntelgrad höhere Temperatur wahrscheinlicher. Weil die Klimakrise die Sache eben verschärft, ist so wichtig, was die EU-Kommission gestern erst vorgeschlagen hat. Konkrete Schritte, um den Verbrauch von Kohle, Öl und Gas runterzubringen. Aber wir werden den Wandel nicht völlig aufhalten können, wir werden ihn zum Teil auch aushalten müssen. In der Hochwassergefahrenkarte von Rheinland-Pfalz ist der Ort Schuld, den es jetzt so hart getroffen hat, nur als mäßig gefährdet eingestuft. Das ist kein Mangel, das macht nur deutlich, dass es praktisch jeden treffen kann. Und deshalb müssten viel mehr Gemeinden noch Hochwassergefahrenanalysen machen. Das ist in Zukunft kein Luxus mehr. Die Gefahr wächst durch den Klimawandel und da muss vieles neu abgewogen werden. Und Hochwasserschutz war und ist immer Abwägungssache. Das hat gerade der Leiter des Stuttgarter Tiefbauamts deutlich gemacht. Für Starkregen seien die Kanäle seiner Stadt nicht ausgelegt. Das sei weder wirtschaftlich noch technisch machbar, hat er gesagt. Aber am Ende bleibt halt die Tatsache, das Ahrtal ist ein enges Flusstal mit felsigen Rändern. Der dünne Boden war bereits bevor Tiefbernd kam vollgesogen. In diesem konkreten Fall konnte nichts mehr die Fluten halten.